Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Ich kenne einen Unternehmer, der allen Ernstes davon überzeugt war, dass in seinem Finanzamt nur herzensgute, freundliche Menschen beschäftigt sind. Also machte er sich keine Sorgen um sein Hab und Gut, als eine Betriebsprüfung bei ihm angesetzt wurde. Meinen Rat, sein Vermögen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, schlug er in den Wind. Inzwischen ist er seine Illusion los und seine wirtschaftliche Existenz gleich mit. Denn Steuergerechtigkeit ist in Deutschland inzwischen ein Fremdwort. Dementsprechend hat ihn sein Finanzamt nach der Betriebsprüfung gnadenlos in den Ruin getrieben. Angesichts seiner sträflichen Naivität konnte sogar ich ihn nicht mehr retten. Wollen Sie sich von staatlichen und privaten Gläubigerattacken wirkungsvoll wehren und wenigstens wissen, wie Sie nach einer Pleite wirtschaftlich weitermachen können? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber. Mach Pleite und starte durch. Mit diesen Tipps und Tricks schützen Sie sich und Ihr Vermögen wirkungsvoll vor dem Zugriff Dritter. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.